Welcome back, Freund der Zockerei aus Leidenschaft. Heute wird bei Defiance 2050 ein bisschen die Hauptmission verfolgt und schauen wir mal was uns sonst noch erwartet. Ansonsten bin ich echt gespannt was das Spiel so noch für uns in petto hat. Ich wünsche viel Spaß beim Video. Let's go! Mal gucken was uns die Welt heute so zu bieten hat. Gucken wir jetzt mal gerade... Ach ja genau, wir wollten weitermachen mit der Hauptmission, da wir alle Nebenmissionen erledigt hatten. Wegpunkt besetzen. Habe ich eigentlich das letzte mal neues Equipment gekriegt. Gucken wir mal schnell. Nein, ich will nicht die andere Ausrüstung. Nichts. Nichts. Doppelnichts. Hier noch was? Nein. Das heißt... Nein. Let's go! Let's go! Bam! Was roll? Scheiße. Äh, ja. Schneider. Lauf ich halt. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ach komm, ich lass mich doch nicht hier anmachen. Entfernen. Wir sind nicht. Jetzt nicht mal raus raus raus. Alter! Du kannst nicht, wer es nicht hier ist. Ich will jetzt schon mal raus. Du kannst nicht so raus raus. Und dann kannst du mal raus. ja ist klar ich alter das hat jetzt keiner gesehen ne also das fängt ja gut an hier heute ist wohl nicht mein tag was in so einer billigmission schon so losgeht oh je ah dann schaffen das leute mal gespannt wann wenn ich der rest des teams mit zocken kann dass wir ein bisschen in einer größeren gruppe unterwegs sind ich empfange ein notsignal von den gräns männern sie stecken in schwierigkeiten und nicht warten lassen oh no they need help oh my god oh ammo da 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 na du steh doch auf ich fühl mich schon besser war mir irgendwie klar dass die krassen hinterhalten irgendwie habe ich gemein und die stürmsoldaten das jetzt nicht so malen auch wenn sie sonst immer so mal sind da kam ich den sniper den ich nebenher getestet habe wesentlich besser wenn ich ehrlich bin uhuhu was grünes genau mach du das mal ich heb den ich heb den auf so feindliche mutanten nähern sich aus nordosten ich bin zu blöd meine granate zu messen oder was hallo das war ja eins super warm hier leute mein gehirn ist etwas am schmelzen ich merk es nicht schön ich komm noch weniger gleich bring mir medikamente schild bitte aufladen in your back man der der die so die sind hast du auch die 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 ich was sagt ihr denn so, hättest du es lieber, dass ich mal die anderen Klassen vorstelle, oder soll ich einfach das Let's Play so weitermachen, ich mein, das kann ich ja nebenbei, also wenn ihr die anderen Klassen auch mal sehen wollt in Aktion, dann kann ich doch zeigen, was geht, falls ihr gefällt, was ich mache, ne, Life und Abo nicht vergessen, ist ja klar, würde mich auf jeden Fall freuen, alles klar, dann, mip, mip, fahren wir weiter, ich komme schon, Bro, Ich dacht jetzt, das wäre ein Gegner, hier, 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 soll ich spielen, nein, nein, nee, den Fehler mache ich nicht, ich fahre nämlich immer da links lang, aber ich denke, das ist kürzer, und da geht's aber nicht weiter, andern Charakter, den ich nebenbei, sagt, Ach komm schon Today is a fail day Get back I've got a mission to do I can't stop for some shit like you Scheiße Ich will nicht sterben Stier ab 2 3 4 4 4 5 Wartig doch aufschirm A Das ist nicht gefallen, ne? Ich hab keinen Schnell. Oh, danke mal. So geht das ja nicht. Wir müssen ja der Quest folgen, ne? Aha. Na klar, Bro. Was ist denn hier los? Haben wir was an der Steuerung verändern oder was? Ich kann nicht mehr zielen, Leute. Wir müssen Täter vom Dach aus Signale geben. Neue Monos am Markt. Ah, ey. Skill gleich Null heute. Was ist denn hier los? Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Oh, das ist doch schon passage. Die Hubschrauber ist da. Wo haben sie die Hubschrauber her? Moment, das sind ja Mutanten. Ach! Nein! Da stand nichts in der Broschüre! Ich suche Deckung! Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen! Scheiße! Wurde getroffen! Kaputt die Oma! Ich orte weitere Mutanten im Anmarsch! Taudabooom! Nicht getroffen, dann toll! Wo sind die denn? Da oben? Ok, ja toll! Ich bin ein Horst! Tja, warte und bleib! Moder Táp. Tja! Du schmink! Ja, die Bäder standen! Es gibt ärgerlich, das喜b! Tja! Das war noch mal was. Gibt es denn dafür was für eines? Oh nur dritter? Ja bei der Leistung. Na ja. Gute Arbeit. Gebiet gesichert. Oh wir haben einen Leveler. Wir haben immer noch Funkprobleme und ich kann helfen. Du kannst mich ruhig verurteilen, aber hier kann man Kohle machen. Alles klar. Dann kommen wir da gleich mal hin. Aber erst gucken wir mal kurz. Warte zu Neues geht. Ich glaube fast. Ich probiere den nicht mal aus. Neun Schild auch? Ne. Aber ein Leveler. So. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht ob ich das vielleicht mal leveln sollte. Ja. Der scheint nicht so viel auszuhalten der Kollege. Aber. Nichtsdestotrotz. Dann werde ich erstmal das. Ach hier ist direkt eine. Nebenmission. Da machen wir die doch noch eben. Halt. Orientierungswunder am Werk. Komm ich da nicht über das Haus. Irgendwie da drauf. Oh ne. Irgendwie ich. Äh ne. Fahrzeug her. Super. Irgendwie. Weiß ich nicht ob das so ne gute Idee ist. Egal. Hier gibt es eine Herausforderung. Bei diesen Prüfungen kannst du dein Können mit dem andere Archenjäger vergleichen. Aha. Ach da war so ne. Ja egal. Ich hätte deinen Job. Also warum hilfst du einem Heigy nicht aus? Ich weiß wohin wir müssen. Los. Okay. Junge. Ja. Ich stehe gefälligst auf. Ich dachte ich wäre hinüber. Ich dachte ich wäre hinüber. Ich dachte ich wäre hinüber. Hey. Komm her. Seid ihr uns. Fein zu Ende. Es nähern sich weitere Mutanten. Es nähern sich weitere Mutanten. Stirb Junge. Ich kann sie nicht versehen. Ich bin froh dass du vorbeigekommen bist. Danke. Kein Problem Brody. So. Ab nach Tranquility. Wir müssen die Materialien einsammeln. auch nicht weg. So viel Schaden nach der Raketenwerfer war auch nicht wahr. Torderstrasse. Torderstrasse. Das sind übrigens immer die Loots, also anders habe ich jetzt noch keine Waffen gefunden. Der Mark scheint auch noch irgendwie buggy zu sein, da gibt es wohl auch keine Waffen so richtig. Ey, du sollst runterladen, lass dich doch nicht dabei stören. Könntet ihr die mal bitte eben mal töten? Danke. Wirklich liebenswürdig von euch, ich muss ja gehen. Äh... Okay... Ab zum nächsten Punkt natürlich. Da ist ein Iron Man! Junge! Wie? Hiwi! Hallo? Ah... Na? Na? Ey, das ist ein Scherz. Aha! Geht doch! Gehen wir zurück! Ich gehe rein! Dann werfen wir da mal in den Briefkasten hin. Wenn du jedes Mal so viel Wirbel machst, kannst du dich bald in der Antarktika zur Ruhe setzen. Vorsicht! Diese Typen sind knallhart! Okay, Leute. Ich beam mich jetzt zurück nach... Äh... Ja, wie heißt das hier überhaupt, dieses Hauptlager? Gucken wir doch mal zusammen. Ins Lager der Republik Erde, der EREP. Und dann sehen wir uns genau hier beim nächsten Mal. Beziehungsweise im Lager der EREP. Los geht's! Alles klar! Danke, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, weil ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns auf jeden beim nächsten Mal. Haut rein!